so da sind wir und weiter geht es wir haben das letzte mal irgendwie sowas schädliches aufgenommen und dadurch haben wir jetzt 75 prozent waffenschaden im stand und damit wir das wegkriegen müssen wir 250 oboli sammeln alter verwalter ich weiß gar nicht wo wir her sind gucken aber erst mal so wo führst du das eigentlich hin ach du kannst das auswählen toller standort okay wir gehen gucken genau hier sind wir her war da eine tür war wir nicht irgendwann mal eben kam doch diese fetten doch dann die großen jetzt sind wir eh schon fast am ende was für ein verrückter wald was für ein verrückter wald ich glaube wir müssen gar nicht hier lang ne guck mal das zeigt nach da der weg zeigt wieder zurück ja toll oder ach das zeigt hier mal wo wir her gekommen sind kommt da machen wir noch nicht gehen wir gucken ach der ist dahinter ne trotzdem habe ich ihn irgendwie getroffen komm mal her sehr gut noch einer zeige dich zeige dich ha ledig und noch einer da unten ein hat 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 Warte auf! Toll, ey! Nein, 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 nein! Ist da noch einer hier? Warte hinten! Komposator-Sphäre! Alter, ey! Gehen wir mal da rein! Faszinierend! Ich habe eine Technologie entdeckt, die die Vergangenheit erfasst. Eine Art Bildarchiv. Die Empfindungswegen stießen auf die selber aggressive Fauna. Okay, ist das abgefahren. Von crazy, ey! Gibt es hier Behälter? Aha! Das ist doch dieselbe Waffe! Die hat Sprengschalen und die andere hat Horizontal-Barriere. Waffe wechseln. Äh... Abprallen, 40%. Abgefahren! Sie trafen Schutzmaßnahmen. Das muss... Jahrhunderte her sein. Sie trafen Schutzmaßnahmen. Ist das crazy! Was ist das denn für Dinge, ey? Das ist ein bisschen was schädliches, ne? Hochschädlicher Behälter! Der Behälter für sehr wertvolle Gegenstände ist allerdings mit Schädlichkeit infiziert. Wahrscheinlichkeit einer Fliehfunktion sehr hoch, ey. Zum Reinigen 5 Eta. Ah... Will ich das jetzt? Will ich das nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Gegenstände sind, die jetzt... auch bleiben. Ich glaube aber nicht, ne? Fühlt ein Slot für Operate. Maximal unversellert. Ist allerdings mit Schädlichkeit infiziert. Naja, das bleibt auch nicht für immer, ne? Oder? Ich nehme das jetzt einfach mal. Egal. Ist mir doch egal. Schutz 20% vermindert. Okay. Wenn wir schon hier am Arsch sind, dann nehme ich das hier auch noch mit. Ah, eine neue Waffe. Ah, okay. Guck mal her, das Ding. Ach, das ist die, die wir... letztens hatten. Hahaha. Weg. Da ist der Tod, ne? 100 Pro. So, gibt es jetzt irgendwo hier so einen Ausgang? Nur noch oben, ne? So. Das kann ich nicht neben mir? Was du alle schon benutzt hast Machen die auch ein Wild? Die nicht Ja, keine Ahnung Gehen wir wieder hier raus Was war das denn? Schicke Beurte gewährt Eine kleine Menge Leistung Ja, geh mal her damit Das ist doch was zum Heilen Brauchen wir jetzt eigentlich nicht Oder ist das dieses Harz? Aha, siehste Anzugsunversehenheit Aufgefüllt Puh Da gibt es noch eine Tür Und da gibt es noch eine Tür Hier war man nicht, ne? Ein bekannter Gegenstand Dann noch eine andere Waffe Schockmaul Blaster Ein Spuckmaul Ein Spuckmaul Nicht Schockmaul Ein Spuckmaul Ja, komm Nimm mal die auch mal Alter, geht der ab Puh Puh Holy Shit Sperrung aufgehoben Alter, was? Da ist auch eine Sperrung aufgehoben Geil Ha Wir haben eine Sperrung aufgehoben Weitere Signale entdeckt Oh nein, die waren scheiße Die waren scheiße, Alter Echt Mit dem willst du nicht frühstücken Wo ist der denn hinter mir, was Ach komm Ich hab hier keine Deckung Und da kommt noch einer, was Ich muss ja weg Ich muss ja weg, ganz schnell Hier sitzt überall Oh shit Alter Die Musik Die Musik Wo bin ich denn hier gelandet? Wie Wieso ist das hier? Irgendwie sind wir jetzt hier gelandet Das ist ein Haus Was haben wir denn da für eine Waffe? Guck mal, die bewegt sich Die ist so gar nicht Die ist verbunden mit unserer Alter, ist das alles krass Ich glaube, ich durchlebe meine Erinnerungen erneut Nur nicht alle Sie sind löchrig Manche Stellen fehlen Andere sind irgendwie künstlich Aber ich weiß noch, wie es war Den Verstand zu verlieren Hier gibt es keinen Trost Keine Sicherheit Und der Astronaut folgt mir weiter Okay, abgefahren, ne? Ich find die Waffe wohl abgefahren Jetzt ist da so ein Haus hier Lass mich da hoch Das ist ein Gegner Hau ab Alter, wieso Was war das denn? Wieso ist denn hier ein Haus? Irgendwie ist das hier voll Voll viel am Platz, ne? Kann man da rein? Verschlossen Ein Haus des 20. Jahrhunderts Ja, komm, jetzt haben wir mal So ein Haus gefunden, das ist verschlossen Wieso ist das denn verschlossen? Ich scanne es erstmal ab Keine Ahnung Wir kommen da nicht rein Dann vielleicht da runter Was ist das für ein Ding? Bereichsperrung aktiviert Oh, ich komme nicht mehr raus Oh, das ist ein Gegner, ne? Oh, da sind auch nur Gegner Ah, die Waffe ist komisch irgendwie Oh, die andere Waffe war besser Oh, scheiße Oh, oh, oh Raus hier Kann man ja Man kann gar nicht mehr raus Oh, shit Das war die kleine Viecher Das war die kleinen Viecher vielleicht Oh, da kam es fast zu heilen Nimm das bitte Nein, nein Nein, 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 nein Haben wir den fetten? Wir haben den fetten, ne? Warte, erstmal beruhigen Die Musik ist noch voll auf Action Oh, da, aber irgendwie ist die Waffe doch cool Wir haben den fetten damit erledigt, ne? Oh, noch einer Okay, die ist wie so Das ist mehr so eine Schrotpflinze, ne? Für nah Ah, nein, ich bin gleich tot, echt Nein, wo bin ich denn jetzt? Ist das alles crazy, echt Ah, wo kommst du denn jetzt her? Für so eine Distanz ist die Waffe gut Aber für so Scheiße, dass man nur eine Waffe haben kann, ne? Warum ist das so? Warte, machen wir uns jetzt alle beruhigen Sprengschale Ja, die ist gut für so fern, ne? Die, die wir eben hatten Aber die ist auch cool, echt Das ist mehr so eine Schrotpflinze Ja Uh, da ist noch einer Noch einer, ich würde ihn irgendwo Da drüben Wieso für weit ist die Waffe scheiße? Wenn du die Waffe nimmst, ist dies besser Okay Ist das ein Spiel, alter Eichter Eta Hier lag einfach Eta herum Krasses Game, echt Ich habe hier alles schon gesehen Ich habe kein Nutzer Kalibrator Gewährt ein wenig Waffenleistung Aha Aha Okay Okay Achso Ist das Ah, da kann ich jetzt dazu In verschiedenen Orten Ist das alles crazy? Da war das Haus, ne? Ich würde gerne reingehen ins Haus Warum ist das versperrt? Oder verschlossen Tja, abgefahren Abgefahren Was bist du? Ach, so ein Teleporter Da könnte ich jetzt da hin Teleportieren Oder da Ich will das alles selber erkunden Das ist bestimmt eh gleich wieder Platte So, da hinten ging es jetzt nicht weiter Guck mal, da hinten links gab es auch noch so ein Tor Hat Potenziell nützlich Ausruhen Können sie uns ausruhen Was? Geht hier erstmal eine Runde schlaf Na Krass Ich ziehe doch nichts Ich ziehe doch überhaupt gar nichts So bin ich wieder raus Okay Da geht das ab Kompensator Ausgerüstet Behebt Sämtliche Fehlfunktion Ausgerüstet Okay Kann man das jetzt tauschen? Okay Nein, das wollte ich doch gar nicht Die ist auch eine Kiste Aber keine Ahnung Wie man da reinkommt So Gehen wir hier mal gucken Das war Die Aktion Kann der mich jetzt irgendwie da hoch Teleportieren? Da Irgend die Richtung Leider macht irgendwie gar nichts Ah nein, das wollte ich nicht Ah Scheiße Jetzt hat er mich irgendwo Ach zum Haus Okay Das war eigentlich die andere Richtung Aber So Wenn ich jetzt hier hochgehe Und dann irgendwie da rein Und dann die nächste rechts Geht es ja überall weiter Da geht es auch noch weiter Alter Ich weiß gar nicht Wo wir sind Ich weiß auch gar nicht Wo wir hin müssen Oh, ist ein neues Gebiet Jetzt hier Bereichsperrung aktiviert Oh nein, nicht schon wieder So war es Jetzt sind wir aber tot War voller Nebengeschossen Geiler Typ Von wo kommen die jetzt? Ach, diese Fischer Ja, ist klar Ja, ist klar Der hat mich hier Ich hänge irgendwie fest Glaube ich Keine Ahnung Ja, krass Da sind doch immer andere Animationen Nach jedem Tod Okay Okay Passend zum Ende der Folge Sind wir gestorben Das passt ja wunderbar Alles klar Danke Und bis dann Ciao, ciao No No Vielen Dank.